Woher geht's? Meet Minecraft Wir arbeiten weiter an unserem... Ja, keine Ahnung wie man das nennt Überdachte Straße Vielleicht hätte ich rote Zäune nehmen sollen Zwei Willst du mich verarschen? Es hapert an zwei Treppen Rote Zäune kann ich doch jetzt spawnen oder? Hatte ich da nicht auch welche? Ach ne Aber es müsste theoretisch doch Geht das? Ich bin mir da zu unsicher Halbstufen und Treppen gehen, aber... Das will ich tatsächlich jetzt mal ausprobieren Ich bin gespannt Kann ja gar nicht, wir haben ja gar keinen roten Ziegel Daraus wird ja gleich ein Block Hm... Schade eigentlich Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein rotes Ding... Ne... Ok... So... Zwei Tappen... Ok... Und dann müssen wir vielleicht auch mal am Lagerhaus theoretisch mal wieder weitermachen Das ist ja noch gar nicht so, wie es tatsächlich... Haben möchte... Eins... Zwei... Ich glaube das machen wir anders... Dann lieber nochmal so einen Block dahin... Und die Fahne... No... Ernsthaft... Ich darf so gehen... Ok... Hm... erinnert mich so ein bisschen das tor aus lemmings na gut das was wir jetzt auf jeden fall an großen bruchstellen noch haben ist das ding da oben ein knopf wir machen jetzt endlich mal einen knopf wieder unten jetzt habe ich ja so ein scheiß ding da knopf danke so wir haben ja halbstufen gesetzt also ich würde zumindest gerne mit play diese lagerraum etage zusammen machen und da müssen wir auch noch mal ran also treppen jetzt erstmal wieder so 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 okay so die 38 kann ich theoretisch immer noch schnell ran klatschen die räumlichkeiten sind ja fertig abgegrenzt wäre ich das oben gemacht habe ich da das durchgezogen okay da mache ich das ich glaube das habe ich mal schon mal probiert mit treppen auszutauschen und irgendwas bewahren doch auf jeden fall sieht das hier ein bisschen düster aus gut dann würde ich sagen verballern wir jetzt noch die restlichen meter dingen machen wir dann muss ich definitiv die nächste session nochmal ordentlich entschmelzen hier müssen wir auch noch mal ran könnte man theoretisch auch ganze blöcke rein sitzen oder treppen vielleicht bearbeite ich da mit treppen mal gucken jetzt habe ich keine treppen leck mich doch leck mich doch nicht denn leck Hm, okay, nochmal Treppen und nochmal Halbstufen. Noch kann ich es mir leisten. Meiner ist mal 10. So, dann haben wir auch alles drauf gebraucht. Muss ich mich bloß noch später entscheiden? Eigentlich ist das schon Quatsch. Eigentlich müssen wir das Ding später anfangen. Und da sitzt es hier auch bündig. Mein Gott, macht was so. Ähm, wir müssen uns später halt noch entscheiden, in welche Etage was kommt, weil zum Beispiel die ganzen Bruchsteinblöcke könnten eigentlich eine eigene Etage bekommen. Die Frage ist, ob man das später sowieso hier alles zusammen sammelt oder nicht. Gut, dann ist die Etage auch fertig. Hier ist er noch. Wieso habe ich das eigentlich... Ah, hier geht es irgendwo noch. Das Höhen-System habe ich überlegt, ob ich eine Treppe runter setze, ne? Top-top-Rasse hier durch. Nicht okay. Gut. Zack, 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 zack. Jetzt muss ich selbst erst mal wieder gucken, wie das hier eigentlich aussah. Hier war ich erst mal so weit. Warum auch mache ich jetzt... Ach, da ist der Gang. Deswegen. Deswegen da die Grenze. Das wollte ich... Ach, hier sind wir. Das ist gut zu wissen. Dann könnte man Tigrische den Arena-Eingang auch machen. Das ist gut. So, und dann bin ich nochmal runter. Wo, boop, boop, boop. Krass. Ah, das heißt aber auch, dass ich... Ich wies gar nicht, wo wir tatsächlich hier sind. Das könnte auch woanders sein. Das könnte der Gang von... ...dem Knast Spinspawner... ...zum Fluchttunnel sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, gut, hier würde ich auf jeden Fall noch eine Verbindung hierin schaffen. Oh, das verschwindet. Das oben ist also nicht Ewigkeiten. Okay, cool. Dann machen wir hier in der nächsten Session weiter. Wie danke mich. Ähm, das sieht ja auch doof aus. Das soll ich vielleicht nochmal umsetzen. Nicht speziell bedanke mich. Äh... Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020